Also, es ist ja, jetzt kann man sagen, okay, es sind ja nicht alle der Meinung von Hans-Hermann Hoppe. Aber niemand behauptet, dass der dumm ist. Meiner Meinung nach ist es der wichtigste und intelligenteste Philosoph derzeit auf der Welt. Aber ihr müsst ja nicht dieser Meinung sein. Nur er wurde noch nie in irgendeinem Argument widerlegt.